Herzlich Willkommen zum Persönlichkeitsentwicklungspodcast. Hier geht es um Persönlichkeitsentwicklung, tiefgründige Themen, NLB, Rhetorik und um Menschen, die gern ihre Geschichte erzählen. Heute sprechen wir über das Thema etwas Neues beginnen, etwas Neues erschaffen und warum das so wichtig ist. Mein Name ist Karl und ich begrüße euch herzlich zu meiner Podcast-Struhe. Etwas Neues beginnen, etwas Neues gedeiht. Ich möchte einmal mit einem super Zitat anfangen. Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel richtig setzen. Das ist ein Zitat von Aristoteles und er hat das eigentlich treffend formuliert. Wenn es uns schlecht geht, sollte man ja die Richtung ändern. Sollte man ja nicht genau das machen, was wir immer gemacht haben. Oder nicht, wie man einem kleinen Kind so schön sagt, greif nicht wieder auf die Herdplatten. Das tut er dann nicht mehr, weil irgendwo ist das dann in einem drin, dass er das Muster ja nicht mehr wiederholt. Aber das ist komischerweise immer erwachsen. Wenn wir erwachsen sind, dann machen wir komischerweise immer wieder denselben Fehler. Und wir können nie richtig daraus lernen und nie richtig etwas Neues beginnen. Neue Dinge fangen ja mit so viel Leichtigkeit an die Lernen, dass der innere Schweinehand ja nicht die geringste Chance hat, sich auszubremsen. Immer wieder gibt es ja Phasen im Leben, in denen etwas Alters zu Ende geht und in denen wir ein Neubegehen wagen müssen. Phasen sind Phasen, in denen wir komplett die Orientierung verlieren und von Verzweiflung und Ängsten übermannt werden. Das heißt, wenn es einmal an Schlecht geht, Beziehung beendet, dann ist man natürlich einmal ein bisschen verzweifelt oder einem geht es nicht so gut, wir sind halt schlecht drauf und natürlich, oder der Chef jammert uns immer jeden Tag an und jeden Tag immer wieder dasselbe. Da gibt es halt einmal Phasen im Leben, wo es einem schlecht geht, aber da muss man halt einmal so an sich selber arbeiten, finde ich. Weil man kann nicht immer jedem die anderen die Schuld geben. Man muss einmal sich in gewisse Dinge verbessern. Sicher gibt es vielleicht wirklich schlimme, tragische Ereignisse, wo man sagt, okay, das ist jetzt gerade nicht optimal, wenn einer stirbt, dann trauert man halt ein paar Tage. Aber es gedeiht wieder irgendwas anderes, schönes Neues. Es beginnt wieder ein neues Leben für ihn. Es ist zwar schlimm, aber ein Freund von mir ist es passiert, der ist, dass seine Mutter ist gestanden und der hat aber trotzdem mal gesagt, ja, okay, es ist aber trotzdem für ihn, wir haben wieder einen Neuanfang irgendwo, weil er wieder einfach eher zu einer neuen Lebensphase kommt. Das ist zwar traurig, aber er hat gesagt, er kann sich jetzt ein Leben lang einsperren, daheim und weinen, das wollte seine Mutter sicher bestimmt nicht. Die wollte sicher, dass er aufsteht und wieder weitergeht. Das Leben, das kannst du nicht mehr zurückholen. Du kannst halt nur dein eigenes Gut gestalten. Wie ist es bei dir? Wurdest du verlassen oder hast du vielleicht selber gerade eine langfristige Beziehung beendet? Ist ja vielleicht auch ein Kriterium. Wurdest du womöglich durch eine schwere Krankheit aus deinem normalen Leben gerissen? Gibt es auch in der heutigen Zeit sehr oft, gerade jetzt in der Corona-Krise. Ist dir gekündigt worden? Oder hast du dir den Job, den Rücken zugekehrt? Ist auch momentan gerade nicht einfach in der Corona-Zeit. Es kommen immer wieder Lebensereignisse, die uns einen Rückschlag ergeben. Haben deine Kinder das heimische Nest und dich allein zurückgelassen? Da habe ich auch mal mit einem Kollegen geredet, der hat auch gesagt, wie sein Bub ausgesagt ist. Er hat sich in sein Kinderzimmer gesetzt und hat zum Weinen angefangen, weil er einfach das nicht ausgehalten hat, dass sein Bub auf einmal weg ist. Dass er dann ganz alleine in der Wohnung ist. Aber natürlich hat er auch gesagt, er muss sich wieder aufrafen. Es beginnt wieder ein neuer Lebensabschnitt zu führen. Es kommt trotzdem wieder was Neues. Zunächst einmal ist er plötzlich alles andere als zuvor. Du bist auf einmal alleine. Und nicht mehr in deiner gewohnten Umgebung. Partner kennt den Job oder Gesundheit seinen Weg. Und dann ist er eine große Portion Sicherheit, auf die du dich bisher verlassen hast können. Weil viele haben halt einen Partner, wo man sich denkt, naja, da komme ich heim. Die Frau reicht mir das Essen. Es passt alles. Es ist umsorgt. Die Wohnung ist geputzt. Und auf einmal sagt er, naja, ich liebe dich nicht mehr, weil du kümmerst dich deswegen oder du schaust dich deswegen um. Und auf einmal ist man nicht mehr in deiner gewohnten Umgebung, im Hamsterrad, im Klassischen sozusagen. Ein Freund von mir hat mir auch erzählt, er ist sogar damals froh gewesen, wie sie ihn gekündigt haben. Weil er hat das in der Firma nicht mehr ausgehalten. Ständig waren Prokrastinisten drin, die Leute, was sie lustig gemacht haben, über andere haben. Und einfach nur Blödsinn gemacht worden ist und nur Blödsinn geredet worden ist. Dann ist er mit der Firmenstruktur nicht zusammengekommen. Der Chef war nicht okay. Aber da frage ich mich selber, warum kündigt er nicht selber? Ist er aus so einem Hamsterrad selber nicht rausgekommen? Aber ich verstehe ihn auch irgendwo, wenn man sagt, okay, man will ja nicht kündigen, wäre man ja doch. Einen Job will man ja auch nicht so einfach aufgeben, wenn man vielleicht doch schon länger tut ist. Aber ab und zu ist dann doch gescheiter, dass man einen Neubringen startet. Es ist einfach mal, es ist nicht so leicht. Ich weiß selber, wie es ist. Vor Jahren, da hat man einfach mal, wie der Chef von mir hergekommen, gesagt, naja, du, ich brauche dich jetzt nicht mehr. Das geht leider nicht mehr, ich muss dich leider abmelden. Ich schaue zwar 10, 15 Jahre aus. Aber trotzdem denkt man sich momentan, naja, ist nicht so ohne. Weil man wird einfach rausgerissen aus der Umgebung, was man sich eigentlich in Sicherheit gefühlt hat. Wo man sich denkt, naja, es passt ja eh alles und mir geht es eh gut. Und ich schaue mich halt einmal um, wenn es einmal passt. Selber eigentlich will man eh was verändern, will man sich eh weiterentwickeln. Und dann ist man eigentlich eh froh, dass man gekündigt worden ist. Also im Nachhinein. Irgendwie skurril, oder? Oder zum Beispiel, wenn man sagt, naja, ich halte das mit der Partnerin sowieso nicht mehr aus. Bleibe aber trotzdem mit der zusammen. Aber trotzdem leben dann die Jahre über die Jahre. Und dann irgendwann sagt es ihm, hey du, jetzt passt es ihm. Und dann sagt man ihm nachher, nein, Gott sei Dank, ich bin froh, dass ich es weiterhabe. Aber selber, dass man dann wirklich aus dem Hamsterrad aussteigt und dass man sich das traut, etwas Neues zu beginnen, das ist sehr schwierig. Die Natur macht es dir ja vor. Obwohl die letzten kalten Tage jetzt, wie es ist jetzt, das Land noch immer voll im Griff haben, sprissen ja schon überall die schönen Blumen aus dem Boden. Die Vögel kehren zurück. Der Frühling ist ja die Zeit des Aufbruches. Das heißt, das sollte in unserem Leben auch ein Aufbruch sein. Das ist egal, ob das jetzt für einen, der was sagt, der macht sich neu aus, vor sich zum 1. Jänner ist. Oder im Sommer ist. Das ist egal, das ist immer. Man sollte einmal eine Phase abschließen. Für sich selber einmal sagen, okay, das war einfach für mich ein Lebensabschnitt. Ich habe auch vor kurzem etwas verkauft, wo ich sagte, naja, das hätte ich mir nie gedacht, dass das jetzt alles so schnell geht. Aber man ist ja trotzdem sehr daran gehängt. Und jetzt habe ich wieder etwas Neues beginnen müssen. Jetzt muss ich damit abschließen. Aber im Endeffekt, jetzt, im Nachhinein bin ich froh, wieder eine neue Lebensphase. Ich muss mich auch immer wieder neu motivieren, dass ich sage, ich muss mich auch da, zum Beispiel jetzt so die Podcasts hinsetzen, mal Interview führen, Interview führen machen. Oder gewisse Leute treffen. Teilweise hat man auch keine Lust und denkt, naja, so richtig freut man das nicht. Aber ich will aus meiner Komfortzone raus sein. Ich will etwas Neues erschaffen. Ich will etwas Neues erleben. Manchmal muss man auch Gefühle zulassen. Je nachdem, was du halt erlebt hast, ist wahrscheinlich jede Menge Trauer, Wuh oder Enttäuschung in dir. Das ist ja voll verständlich. Das verstehe ich. Dafür musst du dich doch nicht schämen, deine Gefühle zu verdrängen. Weil wenn man zum Beispiel jetzt, wenn man verloren hat oder irgendwas anderes Schlimmes passiert ist, man kann sich mal zwei Tage oder eine Woche ins Bett verkrochen und schimpfen und einfach mal seine Gefühle frei in Lauf zu lassen. Das befreit vielleicht manchmal ab und zu mal. Aber dann muss man wieder aufstehen können. Man sollte seinen Glauben dann nicht komplett fallen lassen. Aber dann braucht man halt Freunde zum Zuhören. Wie gesagt, ich habe ja in meiner letzten Podcast-Folge über das Thema Zuhören gesprochen. Das ist ja auch sehr wichtig. Da geht mir vielleicht dann nochmal zu einem Freund, der horcht dann nochmal zu und dann geht es ihm viel besser. Und dann kann man sagen, jetzt stehe ich wieder auf. Einfach mal reden und schreiben. Das erlebt ihr einfach mal verarbeiten. Dann geht es ihm wieder viel besser. Dann geht es ihm wieder mal voll super. Dann kann man wieder mal aufstehen. Ab und zu muss man sich halt einmal Auszeit nehmen. Das ist auch ganz wichtig, dass man sagt, jetzt ist es momentan nicht so möglich, dass man sagt, okay, jetzt fliege ich mal schnell oder fahre ich mal drei, vier Tage weg in ein Hotel und lassen wir es mal gut gehen. Weil immer gleich sagen, ich brauche sofort noch einen Job oder die Kinder brauchen schnell mal was. Man kann jetzt schnell mal organisieren, dass man schnell jemand findet, der was halt auf die Kinder aufpasst oder zum Beispiel jetzt mit dem Job, wenn du jetzt irgendwas zum Erledigen hast. Einfach drei, vier Tage, das kann man sich schon mal genehmigen. Oder es ist besser, man fährt einfach mal irgendwo hin, wo eine unbekannte Ort, wo man noch nicht war, erhole dich. Krafttanken. Das ist das Wichtigste. Bei uns in Österreich ist sich das wunderschön. Da fährt man die Berge, da kann man ja wirklich mal wieder neue Gedanken fassen. Und dann sollte man wieder mal sich genug Zeit nehmen, dass man wieder mal reflektiert und einfach mal wieder aufsteht. Wie gesagt, mein erster Tipp ist einfach mal, probiert es was Neues aus. Fangt es mal komplett neu an. Man hat es wirklich gesagt, ich möchte es wirklich mal von null starten. Mir ist es auch nicht anders gegangen. Ich habe auch einmal gesagt, ich gehe mal zum Sport, ich fahre zum Padmaken, ich gebe da Gas. oder ich probiere Sachen aus, ich spiele jetzt Schach, ich mache Spiele, Sport, Laufen, Wandern, Rauffahren. Einfach mal etwas ausprobieren. Und dann irgendwas wird euch total begeistern. Das kann ich jetzt schon sagen. Und ich werde dann natürlich total motiviert. Sport natürlich hilft extrem, dass man vielleicht rauskommt aus dem Ganzen. Und dann wird man vielleicht viel mehr motivierter. motivierter. Ich habe es euch eh schon mal gesagt. Dann mit kleinen Schritten anfangen. Ziele setzen. Aber das muss einfach ganz langsam gehen. Etwas Neues beginnen, das ist ja nicht einfach. Das ist mir nicht anders gegangen. Das wird euch nicht anders gehen. Ja, somit bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Beginnt etwas Neues. Schaut, dass es rauskommt. Aus euch ein Hamsterrahl. Es ist nicht leicht. Ich weiß es selber von mir selber. Ich werde euch denken, der redet so leicht. Aber man muss, wie gesagt, etwas Neues erschaffen. Sonst muss man das Alltag zurücklassen. Ja, beim nächsten Mal kommt ein super Interview mit einem Herzensmetalltrainer. Und was der genau macht und was das ist, das hört sich in meinem nächsten Interview. Und somit wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Bleibt dran. Abonnieren nicht vergessen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.